Wie kannst du dich jetzt erklären? Ich... Ich will erst mal aus der Baterbahn raus. Äh, ich wusste das nicht. Aber ich bin sicher, dass es dafür eine logische Erklärung gibt. Ich kenne die Erklärung. Du wolltest Rache für den Zwischenfall mit der Genie-Lampe. Mit der Genie-Lampe. Schau dir nur meinen armen, hilflosen Tinker-Bad an. Wat? Bad? Tinker-Bad? Bad. Bad, okay. Er ist vollkommen verängstigt. Die meisten eigenen Namen sind da wahrscheinlich auf Englisch auszusprechen. Ich wusste nicht, dass er sein Name ist. Ich dachte, das wäre wieder sein deutsches Wort, hätte ich gar nicht mehr erinnern. Ach so. Sieht normal für mich aus. Das ist deine letzte Chance. Sag mir, wo sie sind. Ich will meine Männer. Was willst du mit ihnen machen? Äh, shoppen. Ich will meine Wache! Und was willst du mit denen machen? Ist ja auch egal. Und ich will sie JETZT! Hm? Was sind das denn für Geräusche? Ich will endlich erst eine Badewanne raus. Kann man bitte schon eine Badewanne-Falle haben? Hm. Naja, äh. Man baut eine Badewanne und eine Falle rein. Wow. Wuhuuu. Ähm. Das rede ich nicht. Ich meine, aber als... War das okay? Nochmal bitte. Nein, ja. Soll ich... Wenn der jetzt auch noch was sagen würde, dann... ein... Ein... Kackelbatt! Nenn ihn ruhig... Nenn ihn doch einfach Kackelbatt! 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 Kackelbatt. Nein. Ein was? Nein! Nein! Das kann nicht sein! Warte, Hackelbatt. Was ist denn mit ihm passiert? Das erkläre ich nicht später. Vorsicht! Ja, sie ist ja eine Badewanne. Wie soll sie wegkommen? Uh! Ich bin unbewacht. Mach diese Kreatur schnell fertig! Nö. Wie denn? Äh, lass mich zuerst etwas anziehen. Nix doch! Oh! Oh! Das Ding kann Aeroas. Aua! Und Zecke! Ja, oder irgendwie sowas. Oh! Schon fertig? Lusche! Hier, erlege damit diesen Mist! Du hast die magische Lampe rein. Halt in den X-Knopf gedrückt, um Dinger zu... Keine Ahnung. Oh! Du hast die Doktorabagie erhaltet. Dadadada, Dadaada! Hab ihn! Dadadadadam! Hab ihn. Könntest du jetzt bitte erklären, was sie vor sich geht? Keine Zeit. Was mit der Lampe? Willst du denn überhaupt nicht versuchen, sie zurückzubekommen? Behalte sie. Ich habe wichtigere Dinge zu verlegen. Und du auch, wenn die Pirate-Master... Lass den kühlen Lahn zurückgehen. Pirate-Master? Pirate-Master. Pirate-Master. Ja, Pirate-Master. Der Pirate-Master. Ich weiß nicht, wann ich Deutsch und Englisch benutzen muss. Tut mir leid. Ja, okay. Ist ein bisschen... Ist auch nicht so einfach zu sehen. Ja. Nach Sek, wenn er dann zurückkehrt. Okay. Ja. Was meinst du? Wer ist der Pirate-Master? Hm. Den bin ich alleine. Oh, jetzt bin ich in Scuttle Town und kann mich sogar bewegen. Schön, schön. Und... Ach, ja, warum er hat das noch meine Englisch-Skills? Ja. Pschu! 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 Ah! Ah! Wird schon ein bisschen spät. Jetzt kann ich meine Brille putzen. Was? Wie kannst du nur... Ich versuche noch zu sehen, auch wenn es schwierig ist! Ach so. Ah, Moment. Aufsaugen! Ich muss die dunkle Magie erhalten. Juhu. Magie. Dunkles Magie. Oh, guck mal wie sie guckt, wenn sie... Wenn ich sie, äh... Ähm... Wie sie sich bewegt. Jaja. Sie wackelt ganz schön. Was ist das denn? Du hast einen Herztintenfisch gefunden? Blub, blub, blub. Hm. Ach. Bitte, ich muss etwas alleine sein. Ja, ne, ist klar. Was ist hier? Geht's hier rein? Nein. Geht's nicht. Okay, dann bin ich hier schon mal fertig. Yay. Juhu. Ah. Ja. Und sei vorsichtig. Da draußen... Äh, da draußen. Die Felder sind voller Monster. Es ist meine Aufgabe, sie zu erledigen. Ja. Ich bin schlechterin. Es ist gefährlich, alleine zu gehen. Ich bin schlechterin. Ich bin schlechterin. Ah, ich weiß natürlich, wie ich weiterkomme. Ja, äh... Ich hasse langweiligen Kram. Deswegen verspringe ich Unterhaltung, indem ich Start drücke. Danke. Moment, sagt der danach noch was? Nein. Ich bin ein unhöflicher Kerl. Ah, gut zu wissen. Hätte ich Start, äh... Also, hätte ich jetzt nicht nochmal ihn angesprochen, dann hätte ich das nie erfahren. Weil ich hab ja Start gedrückt. So, was sagt sie hier? Die Frau da drüben sieht aus wie der ruchlose Pirat Risky Boots. Also, ohne den Hund. Hm. Sie könnte eh nicht jemand sein. Haha. Sorry. Den rede ich nicht. Äh... Hast du irgendwelche Gegenstände in deinem Inventar? Berühre sie einmal für deine Beschreibung. Und dann noch einmal, um sie zu benutzen. Okay. Juhu! Juhu! Ähm, Axel, guck mal ganz kurz in den Stream-Chat. Ha? Jaja, ich weiß, wie ich weiterkomme. Ich brauch Vario. Hm. Schmiede sie zu neuen Herzhaltern. Kannst du alle 32 Herztintenfische finden? Nein. Das ist quasi so ein Herzcontainer, sozusagen. Dir wurde befohlen, zu Hause zu bleiben und keinen Ärger zu machen. Zerreißen! Also, was willst du? Du bist von der Angel, also verschwinde! Dieser Piratemaster-Typ. Er klingt ziemlich gefährlich. Gefährlich? Er war die größte Gefahr, die Sequin Land jemals kannte. Als er das letzte Mal auftauchte, brachte er die Kraft aller Genies, um ihn zu besiegen. Oh. Mann! Ich krieg das irgendwie nicht mit, dass ich die nicht zu sprechen hab. Aber ich hab immer voll Bock drauf. Mach du trotzdem. Kannst gerne mal eins machen, ne? Na, wie soll ich sie denn sprechen? Keine Ahnung. Hm. Warte. Du sprichst von echten Genies. Sie haben ihn gefangen. Er ist tot, aber lass dich davon nicht täuschen. Mit dem verschwinde der Genies wird der Piratemaster alles versunken, um seine... Dunkle Magie zurückzugewinnen. Dunkle Magie? Ja. Damit kann man dunkle Suppe machen. Damit wurde also mein Seemann verwandelt. Wenn der Piratemaster nicht aufgehalten wird, ist Second Land Geschichte. Schließlich hatte kein Recht, alles zu zerstören, das ich mit so großen Mühen erst erobert habe. Das war jetzt irgendwie... Das waren zwei Sätze, die einer hätten sein müssen. Ja. Oh, vielleicht kann ich helfen. Ha! Ein Kümmerling wie Duel hat keine Chance gegen einen Feichy, den Piratemaster. Ich kann mich selbst drum kümmern. Bye! Wie? Du konntest nicht mal einen einzigen Cracklebad alleine besiegen. Äh, Kacklebad. 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 Stimmt. Stimmt. Aber wenn ich die dunkle Magie und ihre Quelle zerstöre, werde ich nicht... Die dunkle Magie und ihre Quelle zerstöre? Oh Gott, ist das ja... Wenn ich die dunkle Magie und ihre Quelle... Nee, nee, ja, 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 richtig. Du hast das richtig vorgelesen. Ah, das ist ihre... Okay, ja. Ihre Zerstöre werde ich kämpfen lassen. Deutsch-Skills. Ja, nee, ja, ich... Indem man die Kraftquelle aufschaltet, die ihn nervt. Sollte er für immer in seinem... ...verdienen... ...geraar bleiben. Ich würde da echt gerne erstmal den Rotstift einsetzen, bevor ich das spiele. Mir fehlt nur eins. Ja, gute Grammatik. Eine Karte! Ja, der botene Insel. Na, das ist einfach... Versuch es mal in der Bibli... äh, Bibliothek im Sequinland-Palast. Ich kann nicht in den Palast. Die legen mich in Ketten. Es sei denn... Du legst mich vorher in Ketten. Hey, schau mich nicht so an. Die Typen wollen mir meine Monsterpeitsche abschneiden. Ohhh... Ohhhhh... Kastration... Entschuldigung... Oh Gott... Ja, also ich, ich... Schade, dass die jetzt keinen meinen, sonst wäre der Witz... ...also wäre der Spruch noch schöner. Da bin ich wohl auch wirklich alleingestellt. Aber ich überlege es mir vielleicht nochmal, wenn du mir diese Karte besorgst. Es ist deine Entscheidung. Okay, ähm, ich soll in den Palast. Ja, wo ist der Palast? Moment, ist der Palast vielleicht hier irgendwo? Das ist bestimmt kein Palast. Ein Yoshi-Ei! Warum? Ich hatte, ich dachte, du wärst ein- und weggesperrt. Äh, du weißt doch, Brodell. Ich bin auf dem Weg in die Palastbibliothek, um etwas zu lesen, zu besorgen. Du weißt schon, zum Zeitvertreib, kann ich mir deinen Bibliotheksausweis leihen? Du und ein Buch? Das muss ich sehen. Dann hält sich's falsch rum. Oh, das ist ja mega witzig. Das ist ja fahre nicht, aber du hältst gerade falsch rum. Egal. Ach, bitte ruiniere mir diesen Ausweis nicht, wie denn früher davor. Ich knabbere, wenn ich nervös bin. Nee, klappt nicht. Mist. Okay, also, wir brauchen eine... Wir haben den Bibliotheksausweis zufällig gekriegt und jetzt müssen wir nur noch in die Palastbibliothek... Das ist wahrscheinlich der Shop. Hm, was ist der denn? Willkommen in meinem Laden. Ich bin ein Ausländer. Okay, brauche ich alles nicht. War da gerade Monstermilch? Warte, ich gucke gerade im Stream. Ja, Monstermilch. Okay. Monstermilch, ja. Oh, das wird heiß. Scuttle Town. Tinten spät zu deinen Diensten. Die hat auch nicht viel an. Ach, das ist doch wirklich gerade noch sowas? Ich nehme niedliche kleinen Tintenherzen und... Töte sie! Milze! Sie! Ein! Damit du mehr Energie bekommst. Das würde man jetzt so schnell so. Damit du mehr Energie bekommst. Ja, ich will. Tut mir leid, du brauchst vier Tintenherzen. Das war mir klar. Meine Herzen sind schwiegend. Schnapp! Das ist voll gemein, diesen Tintenherz-Dingern gegenüber. What the? Was ist denn hier eigentlich? Nix, okay. Da hast du ja gekämpft. Da habe ich gekämpft? Ach, das war da? Oh. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen noch weiter rüber. Vielleicht ist das ja... Was ist hier eigentlich? Hier war ich da? Nein. Nein. Ich tuge diesen Tinten. Wir machen bedrord. mos.